Doppelgraben Okay, einmal graben war wohl nicht genug Oh Gott, Move ist Baba is you, Baba has Keke Ja, hier ist auf jeden Fall ein Keke, aber den Namen war scheinbar auch in uns Door is shut Wall and door stop Keke is open Ah, Keke is also the key Water is defeat Wie wäre es, wenn wir es andersrum machen, wie wäre es, wenn wir das so machen Das Keke is you machen Und Keke Hilft das? Nee, das hilft überhaupt nicht Wir haben aber noch is und move Das heißt, wir können ja so machen, dass Keke Ah nee, ich kann nicht schieben Doch, Moment, das können wir machen, Moment Ich kann ihn schieben, indem ich kurz erd bin Wir machen das nämlich so Ich positioniere mich Richtig hin Wenn's geht Doch, ich meine, das geht, oder? Äh, Moment Also jetzt guckt er zumindest in die richtige Richtung, aber Das ist jetzt nicht das, was ich will, was ich erzielen wollte Baba has Keke is move Ja, dann bin ich tot Nein Hä? Oh, was? Baba is you, jetzt hab ich nen Doppel N-nen Doppel-Move Ich kann mich jetzt nur noch zweimal bewegen Seht ihr das? Der pusht mich da auch weg Durch die Wand Was zum Alles okay bei dir, Baba? Äh, Moment mal Einen Moment Das ist mir zu viel hier Moment Wir schieben erstmal Keke hier weg Was ich machen wollte ist Ja, das ist eine gute Frage, was ich tun wollte Ich hab keine Ahnung Okay, unser Ziel ist glaube ich Keke Nicht rüber zu schubsen Sondern Keke zu bewegen Dass er hier sie automatisch übers Wasser bewegt Die Tür öffnet Und Ich glaube Wir müssen das so machen Keke has Baba Damit er da rechts hinten stirbt Und dann kommen wir raus Und dann können wir Bei Baba is you Und Flag is win So gewinnen Deshalb machen wir's mal so Keke has Baba Moment, 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 Moment Keke und Baba is you Kann ich schon mal machen Und ich kann Äh, das war ich jetzt nicht Egal Ich kann machen Keke Has Baba Is Smooth Also es würde funktionieren Aber Ich glaube das wäre nicht so klug, oder? Ja gut, das ist es da hinten Da hinten kann ich's nicht gebrauchen Ich will Keke nach rechts bringen Und dann will ich Keke killen Nachdem mir das Tor zur Tür geöffnet hat Dann werde ich zu Baba Nee, warte mal Das macht keinen Sinn Was will ich hier machen? Ich hab keine Ahnung Oh Oh Oh, was zum Achso, Keke ist Baba Dann machen wir doch Moment, von vorne Keke ist richtig Baba So So, jetzt haben wir zwei Babas Und jetzt können wir machen Baba has Keke Andersrum So Baba has Keke Okay Is Smooth Baba has Keke is you Is Smooth Maybe Maybe Ja Okay 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 Ähm Nee, warte Ich glaube Sobald ich das hier habe Muss ich Keke has Baba Ganz schnell machen, oder? Also ich kann das hier machen Und jetzt Keke has Baba Und jetzt darf man sich wieder bewegen Da ist das Problem, was ich vorhin gefunden habe Ich kriege das Move jetzt nicht mehr weg Jetzt habe ich alles neu machen, weil das Mann Warum ist das Move wieder an der Wand? Wer hat das Move wieder eingepackt? War ich das? Wann? Wann? Warum habe ich das getan? Das ist ja schön und gut Aber Helfen tut das jetzt nicht, oder? Oh Oh Dieses Spiel ist echt nichts für mich, habe ich das Gefühl Weil es einfach so kompliziert und schwer ist Es ist weit über meinem Denkvermögen Seht ihr? Jetzt weiß ich wieder, warum ich kein Spieleprogrammierer bin Okay Ich bin müde Ich habe keine Ahnung Ich lege mich erst mal aus und Guck morgen nochmal So Da bin ich wieder Also das war ja so richtig, ne? Er bewegt sich dorthin Macht auf Und wir haben Baba dort Das war doch so, ne? Und jetzt Glaube ich, muss ich Baba ist Keke machen Is smooth? Ne Moment Doch, ich kann Den anderen Baba dort in die Ecke locken Ob das richtig ist, weiß ich nicht Aber Meine Idee wäre jetzt Zu machen Baba Has Keke Und dann kill ich so Wie ihr gerade gesehen habt Baba Und dann habe ich da Keke Und Keke kann doch einfach so alleine Ohne mich ins Ziel rennen, oder nicht? Das muss ich nur wieder einsperren Damit da keinen Ärger macht Baba Has Keke Is smooth Ah, verdammt Okay, das funktioniert Das funktioniert Wir müssen es nur richtig machen Äh Ich muss den nur wieder richtig arrangen gerade So, zack Das ist richtig Und jetzt Keke is smooth Und dann haben wir es Achso Keke is you Is smooth Ah, wie mache ich das? Warte, wie mache ich das? Keke is you Oh, dann sterbe ich instant Dann erstmal Is smooth Dann sofort wieder wegnehmen Damit das über Wasser ist Und dann Keke is you Dann habe ich es doch So Und jetzt Keke is you Ne? Richtig? Ja Ich kann euch sagen Das hat mir überhaupt nicht gefallen Das war doch so klar Dass es nicht vorbei ist Das war so klar Aber wir machen weiter mit Wände aus Gold Level 9 Oh Gott Oh Gott Wenn das schon so schwer war Wie wird das hier? Hä? Warte mal Also die Wände sind Gold Ja Die lassen mich gewinnen Aber ist halt stop Wall is Wall and ice Stop Ah, ist das da oben Eis? Sieht aus wie so ein Hundeknochen Baba is you Rock is push Wall is win Rock is win Aber wir sind Beide Stark oder so? Hm Was könnten wir machen? Wall is rock Oder sowas in der Art Ja, ist nicht mehr win Ist jetzt aber auch egal Wall is rock Weil es ist ja push Okay, okay Jetzt können wir Da oben zugreifen Und da unten Aber wir können auf jeden Fall Hier schon mal alles Weg schieben Ich mach mal es auf jeden Fall so Dass wenn es gleich wieder Zu einer Wand wird Falls Dass ich hier Freiraum hab Wall Rock is Ja gut Ist stop Ist halt das Problem Was könnten wir denn win machen? Was könnten wir zu Is win umändern? Rock funktioniert ja nicht Weil das pushe ich ja nur weg Und dass ich es wegpushen kann Geht auch nicht weg Und die Wall eigentlich auch nicht Also Eis geht ja auch nicht Das ist da mittendrin Würde es funktionieren Wenn ich Rock is wall And ice is stop Machen? Würde das irgendwas bringen? Wäre das logisch? Rock is wall Wall Rock is wall Und hier nochmal Doppelt gemoppelt Ja klar Das funktioniert Weil es bringt ja nichts Ich kann ja auch nicht win machen leider Ich fang nochmal von vorne an Irgendwas habe ich auf jeden Fall übersehen Irgendwas offensichtliches Vielleicht den Spieß mal umdrehen Ne Das war schon richtig glaube ich Dass ich die Wand zum Stein gemacht habe Ich denke das war richtig Deshalb mache ich es jetzt nochmal So Genau Jetzt haben wir wall is rock Können wir den Stein hier erstmal wegbewegen Alles mögliche hier drehen Und schieben Wie wir wollen Bis es halt noch so Steinig ist Und jetzt muss ich überlegen Was kann ich zu win machen? Wall und ice Ist ja stopp Das würde nicht funktionieren Rock ist aber push Und wenn ich das push wegbekommen könnte Das wäre super Ich könnte jetzt wieder machen Rock Is wall Is rock Geht das? So Ja Was? Oh Dann dreht sich das jede Runde Okay Interessant Was zum Lass das mal bitte Rock is win Es bringt dabei nichts Ich habe hiermit noch nichts gemacht Aber ich glaube die mit Kaya noch nichts machen Oder? Ich könnte machen Rock Is win Und dann Rock Is baba Und damit bin ich ja win Das wäre so das einzige Was ich Was mir einfallen würde Was zum Das Baba macht zu viele Äh 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 Is Baba ist win Geht leider nicht Oder? Win Is you Geht das? Äh Keine Ahnung Ich probiere es einfach mal Äh Nee Leider bringt das nichts Aber das sieht lustig aus Auf jeden Fall Aber ich glaube das ist nicht richtig so Nee warte das war vielleicht sogar schon richtig vorhin Fällt mir gerade auf Weil was ist wenn wir Das nochmal machen Aber dann daneben reinpacken Is win Also nicht Win is you Sondern Rock Is win Weil Ich bin ja der Rock Und bin win Oder gilt das so Nicht Nee Ich dachte ich hätte jetzt was Huh Der eine ist ein bisschen verglutscht Da in der Grafik Na gut Äh Aber damit kann ich nichts machen Nee das ist Ist doof Ja ist einfach doof Und wenn ich mache Wall Is Eis Das war so viel einfacher als ich dachte Rock is serious win Und ich Versuch das richtig kompliziert zu denken Und alles Und Keine Ahnung Reden wir nicht drüber Weite Felder Ruine extra 1 Hoffentlich das letzte Level hier Aber es wirkt auf jeden Fall schon mal so Okay Moment was haben wir alles Baba is move Das heißt wir bewegen uns bei Baba zweimal Nee wir sind gar nicht Baba Keke is you Aha Wir haben noch einen Push Rechts haben wir Wall is stop Und Baba is Baba in defeat Also Baba killt uns Grass is defeat Also da können wir auch nicht durch die Mitte durch Flag is win Ja Boah das ist schon einiges Hm Was ist wenn wir Wir defeaten uns selber Okay Das geht nicht Hm Baba Is Push Darf ich Baba pushen Auch wenn er defeat ist Doch Doch darf ich oder Das raus ausprobieren Ja darf ich Nehmen wir mal alle drei Babas Da können wir nämlich eine nach drüben schieben Äh Warte Moment Ich kann jedoch alle direkt zur Flagge schieben Und dann Baba werden Bevor ich sterbe Hab ich gewonnen Oder Funktioniert das so Würde das so funktionieren Ich probier's jetzt auf jeden Fall mal In der Hoffnung Dass es funktioniert So Jetzt mach ich halt wie gesagt Baba is move Und dann Baba is you Das stopp Und jetzt Geht das Oder geht das nicht Hab ich jetzt gewonnen Nein Die sterben vorher Bevor sie gewinnen Dann Bin ich überfragt Oder sollen die irgendwas noch da oben hinbringen Oder warte mal Wenn ich den hier mache Äh ups Ne damit kill ich die nur Okay das ist scheinbar nicht richtig Das ist nicht richtig Ich habe das Gefühl Ich muss irgendeinen Baba dazu bringen Nach rechts irgendwas hin zu pushen So welche Wörter Damit das alles die Sinne gibt Damit ich durch kann oder so Ich könnte machen Ne könnte ich nicht Ich dachte gerade Baba Is grass is defeat Und das ganze Gras Kann ich einfach durchlaufen Ne es geht nicht Was man hier machen soll Ganz ehrlich Darauf wäre ich nicht so schnell gekommen Trotzdem zeige ich es euch jetzt Was sollen wir als erstes machen Damit die Frage nicht so lang ist Wahrscheinlich kommt hier alles raus Wir müssen die Babas alle Richtig positionieren Das müsste ungefähr Hier alle sein Ohne Witz Als ich das gesehen habe Beim nachschauen Ich konnte es nicht glauben Aber das soll wirklich so gemacht werden Okay ja Ich hatte die Position Aber war es falsch Ich gebe aber zu Darauf wäre ich nicht gekommen Das ist extrem schwer Aber auf jeden Fall So müssen die Baba stehen Ich bin mir sicher Es geht auch irgendwie anders Aber das ist so das Kürzeste und Einfache Was ich gefunden habe Wir machen das so Ja Keke ist Push Machen wir an Bringt natürlich erstmal nichts So warum Ich kann mich selbst pushen Aber jetzt kommt es Ich packe das Move hier hin Als erstes Und danach Packe ich das Baba Da rein Und jetzt passt auf Was passiert Die schieben mich Niemand ist mehr You Game Over Screen kommt schon Aber wir gucken erstmal weiter Was passiert Immer weiter Und jetzt Werden wir Reingepusht So Keke ist You Werden wir reingepusht Und das war's Ja man stirbt erstmal Und dann muss man sich wiederbeleben Ich weiß es geht auch ein bisschen anders Jedes Level kann man glaube ich auch ein klein bisschen anders machen Aber so habe ich es auf jeden Fall gefunden Ich sage nicht dass ich es selber ausgefunden habe Das habe ich nicht Ich habe sowas ähnliches gedacht Dass die Babos irgendwie erstmal rechts können Oder mir irgendwas holen können Oder dass ich auf jeden Fall irgendwelche Blöcke nach rechts schieben muss Habe ich die ganze Zeit gedacht Aber dass ich mich selber nach rechts schieben muss Dass ich erstmal töte und dann wird Darauf wäre ich nicht gekommen Ja ich weiß nicht wie lange die Folge ist Aber ich mache erstmal erstmal eine Pause Und dann werden wir uns beim nächsten Mal anschauen Was wir da unten freigeschaltet haben Eine neue Welt Nur ein Level Okay also Wenn man die ersten drei Level Oder zumindest generell drei Level hier geschafft hat Oder drei Welten Schaltet man hier unten Ein Bonus Level frei Keine Welten Level Ein Ausweg? Uh Level Finale Äh Was soll das heißen? Finale? Wall and Rock is door Baba is you Belt is Belt Was ist Belt? Wo haben wir hier ein Belt? Was zum Das ist hier Das End? Ist das hier das letzte Level? Okay Oh Gott wie viele Regeln Okay das machen wir dann nicht jetzt Ups Okay das machen wir dann nicht jetzt Das machen wir dann andermal Aber wow Einfach nur wow Ich würde sagen Weil die Folge jetzt durch das ganze Ähm ja Level wegschneiden Zu kurzem können wir uns noch mal einen ganz kleinen Einblick verschaffen Von Welt 4 Dem Herbstwald Ja Der ist ein bisschen größer Und hier sehen wir auch Tomaten Oder sind das Äpfel? Äpfel, Tomaten oder wie sowas? Ein paar tote Bäume Hüpf Herbst 1 Hüpf Water is defeat Flag is win Baba is you Fence Also hier der Zaun Ist stop Okay das einzige was wir haben Ist äh Push Hä? Oh Das hab ich schlecht gesehen Love is tele Und tele Is teleport Aha Hm Okay das killt uns Aber vielleicht Kann ich ja Das da durchschieben Ne das bringt nichts Lass mal sehen Hm Aber das ist echt interessant Hier mit Tele Teleport Ähm Kann ich nicht diese Mechanik Theoretisch dahin teleportieren lassen? Hm Ja okay Das würde mich nur Ja Also das wäre einfach nicht gut Wenn ich das machen würde Aber kann ich irgendwas Ich kann ja sonst nichts anderes machen Ich hab ja nur diese vier Dinger hier Wie wärs mit Push Und dann Tele Und dann Tele Huh Was zum Ähm 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 Okay Hüpf Und dann spring Was Was ist das Ding Was ist das Ding Hier Hier Wollen wir hier Wollen wir erstmal das Push Hier rüber kriegen Ähm Denk ich Denk ich Äh das war falsch So So Dann Was wollen wir machen Wir Wir wollen Push Oh Ich verstehe das Problem Ja ja ich verstehe das Problem Ähm Irgendwie müssen wir das da rüber bekommen Das ist es Ja Ja Hm Das ist Actually Definitiv viel schwerer Als vorhin Hm Ich denke ja immer noch Dass ich das hier Hier alles mitnehmen muss Ich kann es ja hier drüben Wieder aufbauen Nur ich kann nur eins davon Teleportieren Das ist das Problem Moment Kann ich das nicht so machen So Und dann Ist Push Hm Doch Das ist so richtig Also fast Das ist aber Schon mal die richtige Idee Und zwar Haben wir jetzt Push Und jetzt machen wir Das Problem ist Ich will das Ich will Love Und dann darunter ist Und dann darunter Push machen Und dann das ist Wieder nach rechts schieben Zu Tele Ich krieg das ja aber nicht weg Das ist das Problem Das ist das Problem Also Was ich jetzt noch machen kann Das ist mein Leben bereuen Und den hier machen Jetzt kann ich das Herz Nämlich schieben Ich schiebe es also hier rein Aber Jetzt kann ich leider kein Stelle mehr machen Das muss ein bisschen anders funktionieren Aber ich glaube das ist schon mal die richtige Grundidee Ich denke schon Ich denke schon Ich mache es jetzt so Jetzt ist Push Zack Und jetzt habe ich es Jetzt muss ich es nur im richtigen Moment machen Dass ich das irgendwie im richtigen Moment Ja So Wow Okay Ja So 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 So